Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Monster Hunter Rise ohne Rüstung. Heute geht's gegen Nagakuga und zwar hab ich den Kadachi-Bogen mitgenommen, mit der Randadefähigkeit Affinitätsbonus 3 und dann noch ein Tadesmann mit Konstitutionsstufe 5 und Tidezerstörer Stufe 1. Ich hab schon ein bisschen Schiss gegen Nagakuga, aber das kriegen wir schon hin mit dem Bogen. Mit Bogen bin ich ein bisschen besser unterwegs als in der letzten Folge mit der Lanze. Das war euer Goa nichts. Aber wie immer müssen wir erstmal ein bisschen Zeugs einsammeln, dass wir nicht mit dem ersten Hit verrecken. Weiß halt nicht, wo je Wolbert ist. Ja, und sonst so, Leute. Wie geht's so? Ist da noch was drin? Alles klar bei euch. Heute leider kein Stream. Einig geschafft. Wollt eigentlich auch zum Fußball. Hat auch nicht geklappt. Aber egal. Der Stream, also der Hollow Knight Stream, der wird dann ja am Donnerstag stattfinden. Also der fällt nicht aus, der findet dann einfach diese Woche Donnerstag statt. Sollte ja auch in Ordnung sein. Und dafür kommt denn heute einmal das Bildvideo, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Das kam vor ein paar Stündchen. Und natürlich jetzt diese Folge. Schöne Kannenkolonie. Ach ja. Auch da mal rüber. Ich weiß gar nicht, was jetzt nix ist. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Was jetzt nix ist, ansteht. Ich wollte ja ein... Oder im letzten Video hatte ich ja gesagt, ich überlege, ob ich den Nagakuga mit Doppelkling oder schweren Schild mache, habe ich heute gesehen, Meister. Doppelklingen hast du schon bei Magna Mado benutzt. Kannst du gar nicht benutzen jetzt. Oh, habe ich den Bogen genommen. Da bin ich ein bisschen besser mit unterwegs als mit schweren Schild. Ich bin hier noch Zeugs. Bisschen müssen wir uns noch pushen, weil sonst sind wir One-Hit. Und das geht nicht, Leute. Wir können keinen One-Hit rein. Das ist nicht erlaubt. Also ist schon erlaubt, aber ich will kein One-Hit rein. Oder One-Shot. Das wäre fatal. Aber dann würden wir... ...bald in die Region kommen, wo wir eine Quest wiederholen müssen. Und das geht gar nicht. Aber wir werden es sehen. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe alles mit. Sehr schön. Da noch ein bisschen. Also Honig haben wir voll. Das ist ein Tobi. Das ist eigentlich ein Naga Kuga. Ach, der ganze oben. Oder ganz hinten. Ja, Schrei. Egal. Das war ein größerer Schrei. Okay. Nein. Ja, weg. Da ist noch ein bisschen was drin. Komm, schaffen wir das unter fünf Minuten. Uns zu pushen. Eventuell. Oh, hier ist sogar ganz viel. Treppen steigen. Gut für die Hintermuskulation. Muskulation, genau. Äh, Muskulatur. Und eine Knallkröte auch noch. Gibt es doch nicht. Und jetzt sollten wir eigentlich ready sein. Ja, wir bewegen uns ja auch schon hin. Naga Kuga. Was ist noch? Und da oben habe ich noch Death gesehen. Bist du? Jetzt. Na, du bist nix. Okay, jetzt hier hoch. Was sollst du da oben noch mitnehmen? Und dann geht's auf. Oh, Schlafkröte. Kann ich nicht mitnehmen? Verdammt. Jetzt ziehe ich das mal. Und nimm den mit. Würst du den Caputo noch mitnehmen? Ähm. So. Und jetzt. Ja, das los. Da unten ist er. Erstmal lähmen. Knallkröte. Dein Leben. So machen wir's. Oh. Geht das? Nee, geht nicht. Ich dachte, ich werfe das Ding. War nix mit werfen. Sag mal, was will der Jagdpaster von uns? Geht auch gar nicht. Dann eben. Oh, er ist. Oh ja. Die Jagdpaster greifen ihn an. Sehr schön. Weiter wieder. Uh. Eingrabt. Schlafkröte. Buxieren wir hier jetzt mal hin. Das ist eingeschlummert. Ja, ich hab keine Bomben mit. Egal. Machen wir den halt so. Ja, okay. Das war okayer Damage. Oh, du must damage. Hilfe. Ja, kämpft gegeneinander. Sehr schön. Tobi. Mach was. Oh nein. Ja. Krieg ich noch einmal hin? Ja. Jawohl. Ah, ich werde dich, Tobi. Jawohl. 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 Jetzt kurz aufpassen. Und Ausdauerrecken. Oh, wir haben kein Dingens mehr. Ich bin Sprintzler auch mehr aktiv. Das war dann eben. Ah, habe ich gerade Tobi gesagt, ich meinte Naga-Fugger. Daneben. Oh. Können wir noch heilen. Den können wir noch mitnehmen. Ah, ich habe keine Dingens mehr. Sollen wir den nochmal leben? Meint ihr das? Wieder ready zum Leben? Ja, oder? Ja. Oh, du machst, du machst Damage. Da hat sich Schneid kurz aktiviert. Er hat jetzt ab. Ich dachte eben gerade, wen greift er jetzt denn an? Wo gehst du hin? Darüber. Und mit zu tun ist auch dabei. Sehr schön. Ah, mit zu tun ist unten. Warum? Um. Okay. Wieder gelähmt. Ja, schreit auch nicht. Oh. Er macht halt echt gut Damage. Aber wir können auch Damage machen. Was wollte der Wolfgang oder einer von uns? Und dann haben wir gejumpt. Okay. Und dann nochmal gejumpt. Ja, das müssen wir vorsichtig spielen, Leute. Weil wenn er uns einmal richtig hittet, dann sind wir halt im Eimer. Oh nein. Ah, ich hab's gewusst. Ach, komm. Das war ärgerlich. Wir waren so gut drin, Leute. Ah. Es lieb so gut. Was bist du? Nee, dich braucht nicht. Das war ärgerlich. Das ärgert mich gerade richtig. Oh, ich hab was. Was können wir denn noch nehmen? Wir könnten eine Falle mitnehmen. Den tut auch nicht so viel. Nee, wer schnarcht da? Okay. Er schnarcht echt. Ja. Das war so unser Particle oder so, der nimmt nicht mit da. Das war jetzt echt ärgerlich. Hier kann man den mal aktivieren. Jetzt müssen wir aufpassen. Daneben. Hase. Oh, der ist fast hinüber. Hä? Was ist hier denn los? Nicht verrecken. Danke. Danke. Jawohl. Jawohl. meine ich gern was gebrochen weil er ist wieder in geflogen nase kurz hier ein bisschen ausruhen das wäre aber eine schnelle folge heute hier das haben wir voll erschrocken das war richtig schnell geschafft das ist gut er hat ja nichts aus gehalten die nase na ja ja schön natürlich die große frage wie lange haben wir weg nicht gebraucht knapp über fünf minuten oder fünf minuten man weiß es nicht das war glaube ich jetzt auch die schnellste folge bisher oder das ist nicht wir uns gleich sehen leider einmal verweckt aus halb so wild besser wie in der letzten folge aber tobi hat auch gut damage gemacht aber es lag halt auch daran dass nagakura einfach donneranfällig ist 15 58 haha verdammt ich dachte vielleicht unter 15 naja gut denn leute habt einen schönen tag ich hoffe euch hat die folge gefallen ich fand es irgendwie cool macht immer wieder spaß gudi bis dann tschüss